Ja, Ja, sonst noch irgendwas, wobei ich dir helfen kann? Wobei willst du mir dann helfen? Ich meine ja nur. Wenn ich schon mal da bin. War aber auch zu nett, dass du dich mal hier bemüht hast. Wie meinst du es jetzt? Ach, lass nur. Also, ich komme ja nun wirklich schon so oft, wie es irgendwie geht. Ich sag doch, lass! Da kannst du mir wirklich keinen Vorwurf draus machen. Und? Was sagst du zu den neuen Bildern? Welche neuen Bilder? Neben der Tür. Neben der Tür? Neben der Tür? Was soll ich sonst mit neben der Tür meinen? Wie kann man das anders verstehen? Du musst ja nicht gleich gemein werden. Oh, entschuldige, wenn ich dich gekränkt haben sollte. Außerdem kenne ich die schon. Wie das? Die habe ich doch erst seit ein paar Monaten. Warum musst du immer so gemein werden? Ich tue nun wirklich, was ich kann. Ich bin sowieso die Einzige, die dich überhaupt noch besucht. Trotzdem behandelst du mich wie... Ach komm. Ich gehe jetzt. Nun hab dich doch nicht so. Hattest du dich mal einen kleinen Spaß ab? Einen Spaß? Das nennst du einen Spaß? Andere Menschen, deine eigene Tochter fertig zu machen, nennst du einen Spaß? Ich sehe schon, das ist es offensichtlich nicht für dich. Wenn ich da einen wunden Punkt getroffen habe... Einen wunden Punkt? Weißt du was, Papa? Ich glaube, du merkst die Gemeinheiten überhaupt nicht mehr, die du von dir gibst. Und ich höre sie mir jetzt nicht mehr an. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt haben sollte. Das wollte ich. Nicht wenn du mich verletzt hast! Dass du mich verletzt hast! Das sollte dir leid tun! Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt wirklich. Ich habe Krebs. Was? Also wenn das wieder so ein Trick ist, dann... Ich habe das Urteil gestern erhalten. Ich meine, wie weit? Das letzte Stadion. Und er war vorbei. Papa. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe...